Es war echt kurios, was sich während eines Afrika-Cup-Spiels zwischen Mali und Tunesien abspielte. Der Schiedsrichter Yanni Cekazwe, der zu einer der besten afrikanischen Schiedsrichter gehört, pfiff das Spiel in Mali gegen Tunesien nach 85 Minuten plötzlich ab. Erst nachdem die Betreuer und die Spieler ihn auf diesen Fehler hinwiesen, ging es zunächst weiter. Obwohl es danach noch zu einer langen Unterbrechung des Videobeweises und eine sehr fragwürdige rote Karte für Mali's El Bilal Touré gegeben hat, wurde das Spiel in der 89. Minute wieder zu früh abgewiffen. Trotz Proteste auf Seiten Tunesiens blieb die Entscheidung endgültig. Viele Fußballfans und vor allem die der tunesischen Nationalmannschaft sprechen von einem Riesenbetrug und dass das Spiel geschoben wurde. Es ist zwar leicht den Dortmund-Move zu machen und den Schiedsrichter Manipulation vorzuwerfen, jedoch ist der Grund für die Schiedsrichterpanne eine andere. Schiedsrichterverbandchef Esam Abdel Fahd erklärte das Verhalten von seinen Schiri gegenüber einem ägyptischen TV-Sender MBC Ägypt, dass Schiedsrichter Cekazwe während des Spiels einen Hitzeschlag erlitten habe. Zudem sei er bei Temperaturen von 34 Grad und 25 Prozent Luftfeuchtigkeit im kamerunischen Limbe stark hydriert gewesen. Das hat dazu geführt, dass er den Fokus verloren hat, sagte Abdel Fahd. Der Schiedsrichter hat nach dem Spiel nicht seinen Tipico-Schein eingelöst, sondern er wurde direkt nach dem Abpfiff ins Krankenhaus eingeliefert. Laut meine Quellen wurde der Antrag auf eine Spielwiederholung abgelehnt. Ja Leute, was ist eure Meinung zum ganzen Thema? Hättet ihr eure Gesundheit auf dem Spiel gesetzt, um weiter zu pfeifen? Oder hättet ihr das Spiel auch früh abgefiffen? Hättet ihr vielleicht eine andere Lösung oder wie hättet ihr die Situation geklärt? Schreibt es mal gerne in den Kommentaren. Irgendwie kommt mir die Situation auch irgendwie bekannt vor, zum Beispiel im Champions League-Finale Liverpool gegen Real Madrid 2017, da hat Karius doch Gehirnerschütterungen bekommen und da hat auch das Spielfokus verloren. Ja Leute, das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.